Auf Wiedersehen! Und, ähm, ja, Leute, wird heute ein bisschen special und, ja, und dann würde ich mal sagen, äh, let's go ins Video! Okay, auf jeden Fall, ähm, habe ich hier schon einen Weihnachtsbaum gebaut, seht ihr ja auch schon, äh, den hat er hier geplaced für mich mal kurz vor der Aufnahme noch. Mein Gott, Leute, ja, auf jeden Fall, ja, jetzt hören wir mal auf zu spammen. So, hier auf jeden Fall, ähm, ist ja ganz geil, Leute, also es ist wirklich echt ein kleiner, geiler Weihnachtsbaum geworden. Und, ähm, ja, Leute, heute, wenn es dann Nacht wird, wir schauen noch ein bisschen Fernseher und zocken noch so ein bisschen. Ich und, äh, und endlich Toast und, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist immer so schön. Heute, als ich das 16. Türchen aufgemacht habe, habe ich gleich gesehen, oh, äh, Neufolge Minecraft Multiplayer. Äh, ne, natürlich nicht. Äh, Leute, das war so Quatsch von mir. Ja, aber auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, wir watchen mal ein bisschen Fernseher und vertreiben uns die Zeit damit und zocken auch ein bisschen. Äh, Minecraft in Minecraft. Let's go! So, dann schauen wir mal, was so ein Fernseher ist. So, ich schalte mal das erste Programm hier ein. Oh, Fußball ist ganz interessant. Schalten wir nochmal kurz weiter. Okay. So, auf jeden Fall ist ja spannend. So, ich würde sagen, jetzt zocken wir aber mal. Let's go. Oh, oh nein, oh nein, er verfolgt mich. Nein, 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 und endlich Toast, bitte. Oh mein Gott. Weh, ich verliere in, in dieser Runde. Nein. Oh mein Gott. Ey, ich habe schon so viele Punkte. Oh mein Gott, ich habe nur noch, äh, äh, zwei Leben, Digga. Oh nee, so, hier zur Kaktus-Farm. Ähm, so, wir sind ja gerade im richtig schweren Level, Leute. Also, ähm, er muss ja gegen mich kämpfen. Also, er ist der, ähm, Gegner von mir und, äh, der muss mich halt fangen. Und ich bin halt der Spieler, das... Oh no. Oh no, 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 nein, ihr habt das ganze Haus angezündet. Nein, nein, ihr habt das ganze Haus angezündet. Nein, unendlich Toast, was hast du gemacht? Nein, das ganze Haus, nein. Schön löschen, löschen, löschen. Hallo, löschen, 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 löschen. Oh mein Gott, oh, Hilfe, löschen. Oh mein Gott, löschen, muss das Feuer hier löschen. Nein, 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 nein. Muss das Feuer hier löschen, Feuer hier löschen. Nein, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die zünden ja gerade das Haus an. No, 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 no. Wieso zünden die das ganze Haus hier an? Nein, nein, nein. Wer hat das hier gemacht? Wehe, es war Treta. Nein, nein. Wehe, es war Treta. No, 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 no. Alles ist weg. Oh mein Gott, nein, nein. Ey, mein Gott, das Haus ist weg. Ey. Ey. Ey, das soll doch hier eine Weihnachtsfolge werden und keine Katastrophenfolge. Bitte, baut das wieder zusammen, baut das wieder zusammen. Nein, das darf jetzt doch nicht wahr sein. Ey, nein. Ey. Was haben die hier gemacht? Ey, das ist doch nicht der Ernst. Ey, Treta zündet hier alles an. Man muss ihn wirklich bannen. Man muss ihn wirklich bannen. Ey, Treta ist nicht sicher. So, jetzt bauen die ja alles wieder zusammen. Also er zumindest. Und Treta. Was macht der? Ich schau mir jetzt hinterher. Was macht er? Was macht er? So, jetzt ist Nacht und... Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Ich bin der Weihnachtsmann. Und ich bringe heute bei Runics Wohnung ein paar Geschenke vorbei. So, heute müssen wir, also ich würde sagen, wir machen erstmal die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Die sind wahrscheinlich ganz unten bei den Türen, weil sonst würden die ja sehen, die Weihnachtsgeschenke. So, und dann würde ich sagen, das erste Geschenk können wir schon mal machen. So, ich würde sagen, wir könnten hier noch ein bisschen so... So, dann das hier noch rein. So, jetzt muss ich hier das zweite Geschenk machen. Und hier können wir dann ein paar Diamanten. Und noch ein Buch hier reintun, was zum Lesen. So, dann das vierte, äh, das dritte Geschenk. Und noch eine Elytra. So, noch ein paar Bücher. Und dann noch ein paar Eisen. Und dann würde ich sagen, werden die Geschenke vorbereitet. So, und dann kann ich auch schon wieder verlassen. Und... Oh, habt ihr das auch gehört? Ey, da unten hat es gerade gebimmelt. Also, das heißt, es sollten eigentlich Geschenke da liegen. Ey, komm, lass uns runterschauen. Komm, lass uns runterschauen. Oh, ihr sind ja voll viele Geschenke. Oh, ich schau mal in meine Truhe. So, dann noch ein Buch hier. Okay. Und, oh mein Gott. Und endlich, du hast halt einfach so schöne Geschenke bekommen. Und ich bekomme nur ein Buch zum Lesen, Digga. So, Leute, ich würde jetzt sagen, äh... Wir schauen uns den Weihnachtsfilm an. Let's go. Oh, hier ist der Grinch, hier ist der Grinch. Oh nein, Leute, wir müssen vor dem Grinch entkommen. No, no, er spinnt sich. Oh nein, 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 der Grinch, der will mir Weihnachten versauen. Nein, nein. Ah, nein, er will mich töten, er will mich töten. Aber, oh mein Gott. Nein, der Grinch. Der Grinch. Oh nein, und... So, hier liegen voll die schönen Geschenke, Leute. Und der Grinch, der zerstört die. Nein, nein, der Grinch. Nein, 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 der Grinch. Nein, nein, Grinch, nein. Nicht die Geschenke. Nein, mein ganzes Haus. Okay, das war's schon wieder. Okay, ich würde sagen, das war's für heute schon wieder. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Like und Glockenzeichen nicht vergessen würdet. Dass wir mich selbst freuen, wenn ihr das alles macht würdet. Und, ähm, ja, Leute, äh, ich weiß noch nicht, ob wir, äh, noch diese Welt, äh, nie wieder spielen werden oder so. Aber, Leute, ab der neunten Folge werde ich mit meinem Freund eine neue Welt machen. Also mit meinem Freund Daymas. Und, äh, mit meinem Bruder, der hat da auch noch Bock drauf. Und, ja, das wird euch sehr geil. Äh, und freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf auf die nächste Folge. Denn, ja, Minecraft Multiplayer ist einfach ein geiles Projekt. Und da würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, eure. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.